Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview heute mit dem Thema Idee Kompass für integrale Entwicklung mit Yvonne van Dijk. Schön, dass du da bist. Yvonne, was ist das? Was ist der Idee Kompass? Was ist integrale Entwicklung? Dazu hören Sie ein bisschen was drüber. Also der Idee Kompass ist für integrale Entwicklung, Wirkung und Kommunikation. Und in Kommunikation ist es Unikat drinnen, im Wort. Und du weißt ja, dass ich Wortspiele über alles liebe. Oder manchmal ein bisschen übertreiben, als Warnung vorweg. Aber diese Kommunikation, der Kompass ist ein Übersetzungstool innerhalb einer Sprache, kann man sagen. Denn auch wenn jetzt die Zuschauer überhaupt nicht irgendetwas wissen vom Kompass, dann wenn ich nur sage, es gibt Menschen, die sprechen Süd und andere sprechen Nord, dann weiß man schon, ob es da ist die Richtung, die Blickrichtung unterschiedlicher. Und deswegen habe ich diese Metapher vom Kompass verwendet, weil es in unseren doch eher sehr turbulenten Zeiten einfach immer wichtiger wird, sich orientieren zu können. Und dieses Tool, externe Tool vom ID-Kompass, dient in letzter Konsequenz dazu, diesen inneren Kompass abzugleichen immer wieder. Und in Wahrheit die eigene Intuition zu trainieren. Das ist mein Anliegen dran. Und mein größtes Anliegen ist, mein Motto fürs Leben ist Evolve. Also entwickle dich und Evolve Love. Und das ist ein großes Wort immer, wo die Leute sagen, nein, Business, Liebe, ja, gerade in Business, Liebe ist ganz, 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 ganz wichtig. Denn Liebe, was du tust und tu, was du liebst. Und wenn du derzeit nicht das tust, was du liebst, dann liebes, was du tust. Bis du tust. Liebes trotzdem. Ja, genau. Also da bin ich wirklich, ja, da fällt mir jetzt nur das englische Wort ein Relentless. Also lustig, fällt mir jetzt nicht ein auf Deutsch. Ist egal. Auf alle Fälle bin ich da, ja, hartnäckig. Oder stur als Innenviertlerin. Diese Liebe weitermachen, dazu ist der Kompass auch da. Diese Unterschiedlichkeit und Buntheit der Menschen und der Nationen und Kulturen zu würdigen und zu wertschätzen. Das heißt nicht, dass ich zu allem Ja sagen muss. Nein, bei Gott nicht. Denn es gibt einfach auch von jeder der Himmelsrichtungen im Kompass, das sind in Wahrheit, sind das Werte-Cluster, die da dahinter liegen. Und vieles, vieles mehr. Das ist wirklich wie zwei, ein Kompass braucht Magnete, braucht Pole. Sonst würde er nicht funktionieren. Und ein Magnetkern. Und da gibt es halt zum Beispiel Ost und Westen, die Kinder sind jetzt nicht unbedingt auf dem gleichen Kurs und stoßen sich tendenziell eher ab, wenn man die Unterschiede nicht feiern kann. Und so ist der Kompass auch der Kreislauf einer Idee, wie man eine Idee umsetzt. Und da bin ich ja dank meiner NLP-Kenntnisse draufgekommen, dass ich das eigentlich durch Modeling, wie du weißt, Christina, zuerst geschaut habe. Denn ich habe immer Ideen gehabt in meinem Leben und dann habe ich es irgendwie umgesetzt. Nur wenn mich die Leute gefragt haben, wie ich das mache, habe ich keinem sagen können, wie. Weil ich habe immer gesagt, das ist einfach nur passiert. Und dieses passiert habe ich dann durch, dank NLP und der Struktur, der tiefen Struktur, die ich da herausgefunden habe, und den Modelings in den Kompass gegossen. Und immer mehr, seit 2003 arbeite ich an dem, und immer mehr dazugefügt und weggelassen und dann wieder kristallisiert, bis er in der Form jetzt ist. Und das ist bei Gott nichts Fixes oder Schöpfung. Setz Gott ein, wie du magst. Sondern der ist auch genauso in Entwicklung. Auch wenn dann meine Teilnehmerinnen oft einmal fluchen und sagen, Ivan, kannst du das jetzt nicht einmal ein bisschen gleich lassen? Nein, kann ich nicht. Das würde gegen mein Lebensmotto sein. Das würde nicht funktionieren. Und das ganze Leben ist Entwicklung. Ja. Wenn man Entwicklung mit deinen Wortspielereien schreibt. Absolut, ja. Die ja du auch so gerne hast. Und das ist etwas, das ich total liebe. Und wenn ich dann im Seminar sehe, wie jetzt habe ich ein Seminar gehalten, ein Teambuilding für eine Gemeinde. Das war wunderbar. Das waren 42 Leute. Und da waren von Bürgermeister und Amtsvorstand bis zu Kindergärtnerinnen und Bauhofmitarbeitern alle drinnen. Und so kann man sich schon vorstellen, dass das doch sehr bunte Welten sind. Diese bunten, wir haben wirklich, wenn man da mit dem Kompass, hat mein Sohn mir jetzt neu eine App dazu gemacht, mit der man Einzelauswertungen machen kann, die du ja schon kennst, und auch Teamauswertungen. Und dann sieht man das in den Außen so bommelt. Habe ich jetzt leider vergessen vorzubereiten. Aber da sieht man dann, wo sind denn die Stärken in diesem Team und wo ist der Hebel auch für Veränderung. Und das Schöne ist, dass nicht ich Ihnen das dann sage, sondern Sie kommen selbst zum Schluss. Und dann ist natürlich das Commitment ein bei Weitem Höheres, als wenn ich als Unternehmensberaterin von außen komme und sage, das und das müsst ihr ja machen. Nein, würde ich nie machen. Also bequem bin ich nicht. Dürfen Sie gerne selbst dahinter kommen. Und das war so ein wunderbares, wunderbarer Workshop, weil Sie diese Unterschiedlichkeit einfach noch mal mehr feiern konnten. Das ist schön und hat auch natürlich Anlass zu Streitereien oder dass halt die Harmonien nicht ganz im Einklang sind, sondern gegeneinander sind. Und das war so schön, da zu sehen, wie Sie diese Unterschiede feiern können. Und wo Sie Sachen, die Sie bisher persönlich genommen haben, unter Umständen, plötzlich nicht mehr persönlich nehmen, weil Sie merken, hey, jemand, der auf westlichen Kurs ist, wenn der Anweisungen gibt, dann sagt, geh kurz und knapp. Zack, mach einfach, tu. Und wenn jemand auf östlichen Kurs ist, dann sagt der, mein könntest du bitte, wenn es dir nicht so viele Umstände macht, dies und jenes so und so erledigen. Und auch das Loben ist total bunt. Rotes Lob ist, wo, eh. Kann einmal ja so ein Schulterklopfer sein, oder wenn es so West-Nord-West ist, oder passt eh, oder nicht geschimpft ist, nur gelopft, ist auch so ein Spruch, den es so gibt. Und grünes Lob ist natürlich, es braucht ganz anders. Der liebt es wirklich einmal, als Person auch gewürdigt zu werden. Und das Übersetzen zwischen diesen bunten Welten, das liebe ich. Und wenn Sie dann merken, hey, die Person meint es ja gar nicht so. Sie meint es gar nicht gegen mich. Und das Ja der Einzelnen zur Idee weitermachen, zu den anderen Personen und zum Team. Das ist wunderbar. Vor allem diese Selbsterkenntnis ja dann auch, weil dann greift es auch besser. Yes. Also wenn Sie es selbst erleben, wenn man es selbst erlebt, dass jemand ganz anders tickt, wie man selbst, dann, ich meine, haben wir damals auch gehabt bei der Ausbildung mit 100 Leuten und jeder ist anders und jeder ist individuell. Und ich glaube, das ist auch gerade so das große Thema bei dir, eben dieses Herauskristallisieren. Warum kann ich nicht mit jedem beziehungsweise warum kann ich mit manchen besser als mit anderen? Ja, in unseren Zeiten geht es irgendwie immer noch fraktionierter statt fraktaler, weil ich mir denke, ja, diese untereinigene Einheit, diese Zusammenschüsse und diese und diese und diese und das Wort darf man nicht mehr sagen und das nicht mehr mehr, wo ich mir denke, wie schade, ja, diese Buntheit einfach zu feiern und da ein Jahr dazu zu haben. Es ist da momentan ein bisschen, ja, aber das ist ja ein eigenes Kapitel, wo wir da hinkommen, wo sich so viele auch von der Oberfläche der Worte blenden lassen, ja. Und das ist auch, von der Oberfläche der Worte sich blenden zu lassen, ist bei mir in jedem Seminar ein großes Bestandteil, ja. Was ist unter dem? Was ist die Magnetic Feelings? Das sind die Pole im Kompass, ja. Und wenn ich da jetzt nur einen Teil rausnehme und sage, und da kann ich jetzt sagen, zum Beispiel, ich freue mich total auf, dass alle das Video jetzt anschauen. Also das Was war ja jetzt mit einem Ja, aber das unterirdische quasi, ja, das Nonverbale, war es definitiv nicht. Und so gibt es das natürlich in jeder der Himmelsrichtungen mit positiven Magnetic Feelings oder mit negativen. Da dazu beizutragen, dass da mentale Vitamine verbreitet werden und das ist mir einfach, ja, wichtig. Ich habe als zweite Frage vorbereitet, bei welchen Thematiken wirkt diese Methode, aber ich glaube, eigentlich bei OIN, oder? Ganz ehrlich, also es gibt den Kompass in so vielen Ausprägungen jetzt, ja, mit unterschiedlichem Fokus. Zum Beispiel gibt es ihn für klassische Entwicklung, für Entwicklung und Kommunikation, das ist so die Basis, ja. Dann gibt es für Führung, für Verkauf, für Coaching, für den Sport, für die Liebe, für Erziehung, für Recruiting, für Coaching, also, was nochmal ausgeprägt ist. Mein Ansinn ist aber, dass man wirklich das dann, ich muss nicht alle diese Varianten lesen oder so etwas, sondern selbst kann ich das auch. Und so habe ich zum Beispiel den Kompass für Liebe im Seminar mit den Teilnehmern gemacht. Da habe ich gesagt, hey, jetzt steigt es mir ein in die unterschiedlichen Himmelsrichtungen und wie wird zum Beispiel Liebe, wie weiß jemand, der auf südlichem Kurs ist, dass er geliebt ist? Wie weiß jemand, der auf nördlichem Kurs, dass er geliebt ist? Das ist total unterschiedlich. Und diese Unterschiedlichkeit einmal zu erkennen und dann auch Wert zu schätzen und auch klar wissen, wozu sage ich ja und wozu sage ich nein. Das ist ja auch so ein innerer, den inneren Kompass wirklich klar zu haben. Das ist auch immer ein großes Thema. In dieser Richtung blickend kann man da auch selbst irgendwas machen. Wie meinst du das? Kann man da selbst irgendwas machen? Naja, so wie du mit dem Kompass arbeitest, wenn jetzt unsere Zuschauer da beim Interview sagen, das klingt jetzt spannend, aber ich möchte jetzt nicht gleich mit dem Kompass einsteigen. Hast du irgendeinen Tipp, wie man selbst mal anfangen kann, sich selbst wertzuschätzen? Oder irgendwie eben da reinzukommen, dass man sagt, okay, mein Gegenüber ist vielleicht gar nicht so ganz so wie ich. Ich glaube, wenn man mal anerkennt, dass Menschen bunt sind und unterschiedlich sind und auch immer wenn einen etwas triggert, wenn einem etwas nahe geht, dann hat das etwas mit dir zu tun. Das ist so. Dann kannst du extrem viel lernen in der Interaktion mit dieser Person. Ich stelle jetzt einfach in den Raum, ohne dass du irgendwas weißt und kommst. Das musst du nicht. Wenn jemand zum Beispiel auf östlichem Kurs ist und dir kommt jemand entgegen, der ist auf westlichem Kurs, dann kann es sein, dass du mal ganz betroffen bist. weil diese Person gegen deine Werte verstößt in Wahrheit. Deine Magnetic Feelings, wie immer du das nennst, das ist alles egal. Und dann, wenn du da hinschaust und sagst, hey, was trifft mich denn da? Was ist mir so wichtig, dass ich so reagiere? Dann hast du da einen wesentlichen, wesentlichen Impuls für dich und deine Entwicklung. Du kannst die andere Person nicht verändern. Das steht mir fest. Doch du kannst. Eine neue Sicht der Dinge bringt neue Dinge in sich. Das ist so ein schönes Sprichwort, das ich sehr, sehr gerne mag. Und da kann ich dann besser schauen, einerseits, wenn ich mit der Person gut umgehen kann. Angenommen ist, ja, ich mache das Beispiel jetzt. Nein, ist so gemacht. Für alle, die jetzt zuschauen, ohne dass ihr zum Kompass oder sonst etwas geht, ja. Wenn dir jemand wirklich auf den Zeiger gehen kann, dann stell dir einfach vor, ja, dass du, mach mal ein kleines Gedankenexperiment, dass du diese Person mal schrumpfst auf die Nirthöhe, zinirth ist ein österreichischer Ausdruck, das ist ein kleines, wie ein Gnom, ja. Auf die Nirthöhe, jemand einen Strunk machen, aber ich mag das Wort so gerne, das drückt dich so klasse aus, um was da geht. Auf die Nirth, das ist schon drinnen. Und auf die Nirthöhe schrumpfst, okay? Und nicht kleiner, alles andere, drunter wäre fies, richtig fies. Und diesen Znirth, wenn du da jetzt bemerkst, da ist auch die Stimme dann anders, wenn jemand so klein ist, ne? Und jetzt stell dir vor, wie diese Interaktion mit diesem Menschen ist, wenn der so ist. Und sollte das etwas verändern bei dir, dann kannst du sagen, ah, ich war bei der Christina und bei der Yvonne in dem Zoom und da habe ich gelernt, ich brauche nur alle Menschen. Auf die Nirthöhe schrumpfen und schon ist alles erledigt. Nein. Das war jetzt die gute Nachricht, jetzt kommt die schlechte Gute. Denn in Wahrheit ist es so, dass du genau von dieser Person am allermeisten lernen kannst. Denn nicht, dass du so werden sollst wie diese Person, sondern wenn du gut mit dieser Person umgehen kannst, wenn sie dich nicht mehr fernsteuern kann. Denn in Wahrheit hat diese Person, mit der wir jetzt dieses Gedankenexperiment gemacht haben, hat so etwas wie eine mentale Fernbedienung über dich. Die ist jetzt nicht im Raum und trotzdem reagierst du. Das ist praktisch ein rein virtuelles Thema jetzt. Und dieses Spielen auf die Nirthöhe, kann man sagen, ja, was ist das denn? Und es hat aber sehr viel zu tun mit eigentlich Realität. Das ist unsere Welt, die wir machen. Ja, Christina? Es heißt ja auch, es gibt Menschen, die irgendwelche Knöpfe drücken. Im Prinzip ist das genau das Gleiche. Die triggern uns irgendwas und ja, dann sollten wir lernen, damit umzugehen. Yes, und diese Fernbedienung, uns zurückholen. Was kann ich tun, damit ich da gelassen drüberstehe? Und dieses Gedankenexperiment mag jetzt blödsinnig klingen auf dem ersten Moment, aber ich kann euch sagen, es war sehr häufig schon, dass im Seminar, in 1 zu 1 Mentorings nur diese Geschichte etwas verändert hat. Es ist gesagt, du hast das nächste Mal, als ich die Person, der begegnet bin, war das irgendwie anders. Was kannst du tun, damit du gelassen mit dieser Person umgehen kannst? Und spiel da wirklich mal mit deiner inneren Welt. Welche deiner Werte werden da torpediert in Wahrheit? Und wenn du weißt, welche Werte von dir torpediert werden, dann weißt du viel leichter, dass das gar nichts mit der anderen Person zu tun hat, sondern womöglich mit deinen Werten. Und das heißt nicht, dass du völlig unempfindlich werden sollst, sondern sehr wohl eben diese Gefühle, wenn uns etwas trifft, das ist ja nicht zufällig so, sondern das soll uns auch etwas beibringen. Es soll uns auch, manche Gefühle haben die Aufgabe, dass sie uns Kraft geben, andere haben die Aufgabe, dass sie Glaubenssätze aufweichen und andere haben die Aufgabe, dass sie uns vom Kurs abbringen oder hinziehen. Es ist ganz unterschiedlich, was diese Gefühle bewirken und da einfach mal genau hinschauen. Letzte Frage, wie kannst du Menschen in ihrer Entwicklung helfen? Indem ich ernährendes Umfeld zur Verfügung stelle. Das ist für mich das Allerwichtigste. Eine Idee ist für mich schon ein Lebewesen und wir alle waren irgendwann einmal eine Idee und wir brauchen ein ernährendes Umfeld, damit wir uns wirklich unser Kernpotenzial entwickeln können, denn du weißt die Blödel immer, unser Potenzial leben wir immer, auch wenn wir jetzt in einem Tretmülle sind und überhaupt nicht das machen, was uns erfüllt, aber es ist unser Potenzial und deswegen mag ich nicht Potenzialentwicklung machen, sondern Kernpotenzialentwicklung und dieses Kernpotenzial von uns, das dürfen wir einfach wirklich weiter und weiter entwickeln und dieses wie ich helfen kann, ich bin es gar nicht, sondern es ist das näherende Umfeld in erster Linie, das dazu beiträgt, dass eine Persönlichkeit sich entwickeln kann. Im Seminar trage ich dazu bei, zum Beispiel, dass ich mal Geschichten erzähle. Jetzt erst habe ich so schönes Feedback gekriegt und du kennst das so gut, Christina, wo die Leute sich zu Beginn denken, was tut denn die da? Die erzählt doch Geschichten und Geschichten und mein Job ist es, Menschenentwicklung leicht zu machen und gehirngerecht zu trainieren und ihnen zu ermöglichen, selbst zu den Schlüssen zu kommen. Dann ist es nachhaltiges Lernen, dann kann man etwas wirklich, ich mache keine PowerPoint-Organ oder sonst etwas, das ist wirklich, die Leute dürfen ausprobieren und sollen etwas in einem sicheren Rahmen wirklich sich testen können und über Grenzen hinausgehen können, auch wenn sie das wollen. Und da muss ein sicheres, näherndes Umfeld sein, wo die Teilnehmer untereinander das Ja haben. Und da ist diese Metapher von Kompass zu Beginn immer einfach klasse, weil dann ist das schon im Raum und deswegen sind meine Seminargruppen auch immer so unterschiedlich und die Leute können sich nicht entwickeln. Entscheidend ist die Richtung. Nicht entwickeln ist gut, ja, gefällt mir gut. Ich nehme an, deine ganzen Seminare, deine öffentlichen Seminare sind auf deiner Homepage ausgeschrieben. Ja. Das heißt, ich verlinke die Homepage, ich verlinke dein Facebook-Profil, das machen wir uns dann aus, was alles verlinkt wird. Erzähl uns noch ein bisschen was über dich. Was ist dein Background? Woher kommst du? Jetzt so nur kurz ein bisschen was. Ja, danke für das kurz. Ich habe Zeit. Wie du weißt, es ist doch schon etwas länger, dass ich auf diesem Planeten, blauen Planeten bin und ja, das Thema, das mich am meisten berührt, ist einfach das Evolve-Fenn-Evolve-Love-Love und ich nehme mich auch Phönixe teilweise, weil es gibt nichts, woraus ich nicht lernen kann. Davon bin ich sowas von überzeugt und Freiheit ist für mich auch, wenn alles und jeder dazu beiträgt, dass meine Liebe weiter wird. Das ist nicht immer einfach, echt nicht, sondern manches Mal habe ich schon gedacht, hey, bitte einfach Herz zu, dann tut es nicht so weh und dann hätte ich die Fernbedienung jemand anderen über mich überlassen oder den Umständen oder irgendetwas und das tue ich nicht. Das ist Freiheit wie ein Buch von Richard Pendler, dem ich zu sehr, sehr großem Dank verpflichtet bin, nicht verpflichtet, ich bin ihm einfach dankbar. Der Begründer von NLP, bei dem ich die Ehre hatte, auch viele Seminare zu assistieren und Vorwörter für ihn zu schreiben und so haben wir zwei uns auch kennengelernt bei einem NLP-Seminar, wo ich damals Assistentin war und das ist so mein ursprünglicher Background, wenn ich nicht ganz weit zurückgehe, denn ganz weit zurück war es der Chido Krishnamurti, ein spiritueller Lehrer, der mich einfach sehr, sehr geprägt hat und auch nach wie vor für mich, obwohl er nicht mehr lebt, sehr prägend ist und ein Buch von Richard heißt Freedom is everything and love is all the rest und der Titel sagt für mich sehr, sehr viel aus und ich liebe es auch so wirksam zu verstreuen und gemeinsam zu wirken, wie jetzt eben mache ich gerade die wirksamen Challenge, die es auf der Seite Evolve erhält, da sind auch viele kostenfreie Angebote und wenn ich sage kostenfrei, dann ist das so, also da kommt dann nichts irgendwie so um die Hintertür. Das ist auch mit dem Grund, warum ich auch dich gefragt habe, weil du eben auch so ähnlich so ähnlich tickst wie ich in gewisser Weise. Das weiß ich, Christina und das haben wir auch immer verbunden über die Jahrzehnte hinweg, weil ich deine ethische und Einstellung so schätze und deine Kompetenz auch, ja. Es ist im Vierteljahrhundert. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ja und da ist es wirklich auch, wo ich mir denke, in der heutigen Zeit, das ist so viel Fake, ja, so viel und es wird immer noch mehr Fake, ja. Hattest du nicht auch mal eine Gruppe Fuck Fake oder so irgendwie? Da wollte ich ein Buch schreiben, aber das ist nicht meine Stärke. Ja. Also die Bücher habe ich schon viele angefangen, angefangen, viele Vorwörter geschrieben, auch für die Petra Lehner zum Beispiel ein Vorwort geschrieben und für den Richard Bendler und alle möglichen Leute. Also ich mache vielleicht einmal ein Buch aus meinen Vorwörtern, keine Ahnung. Ja, dann weiß ich, wer mein nächstes Vorwort schreiben darf. Ja, und das hatte ich gar nicht mehr im Blick, dieses Fuck Fake. Da kann ich mich noch erinnern. Also jetzt so, ist mir gerade jetzt eingefallen. Es ist, ich war damals wieder, ich bin sehr oft in meinem Leben, war ich einfach zu früh dran. Ja, wirklich. Auch mit Thank you, wenn du dich hier erinnerst, sicher. Ja, ich denke, war viel zu früh. Das war, ja, damals, das war eine Plattform, wo man Danke sagen konnte und wo personalisierte Videos verschickt wurden und die ersten Train-News waren. Da hat es noch keine Webinare gegeben damals. Da hat man sich dann in die Zukunft, haben wir uns irgendwelche Dankes-Videos geschickt oder damals, damals glaube ich auch schriftlich, da haben wir uns Briefe geschickt in die Zukunft. Ja, genau. Ja, das ist auch schon ein paar Jährchen her. Ja, und das ist diese Metapher, die zieht sich durch mein Leben. Das ist das eben, wo du wirkst. Jeder wirkt. Und wenn ich etwas könnte, so intravenuös den Leuten, also ein Virus verbreiten, wenn wir schon Pandemien haben, dann würde ich sehr, sehr gerne den verbreiten, dass jeder Mensch weiß, er wirkt. Du kannst nicht mitwirken, es geht nicht. Und man unterschätzt das so sehr. Und wenn man so Ohnmachtsgefühle hat, sich ausgeliefert fühlt, es stimmt nicht. Du wirkst. Und deswegen auch, dass ich diese wirksamen Challenge mache, das war die Tiefenstruktur von Thank You damals, dass man sieht, durch das, dass ich jemandem Danke sage auf der Erdkugel, das war praktisch schon ein Lichtstrahl gewesen von einer Person zur anderen. Und da sieht man dann, hey, wow, da habe ich viel, viel bewegt. und die Welt wäre nicht die gleiche ohne dich, ohne mich, ohne alle, die jetzt zuschauen. Es ist einfach Fakt und da bin ich sehr pragmatisch und da und da und da und nicht irgendwelche Konzepte, die weiß Gott woher sind, sondern das ist einfach so. Denn das würde sehr, sehr viel verändern. Sehr, sehr viel. Ich glaube, das war jetzt auch, wäre jetzt auch ein schönes Schlusswort. Ja. Sei dir bewusst, dass du wirkst. Immer und überall. Das ist so. Ich bedanke mich bei dir fürs Dabeisein und wir sehen uns bald wieder. Ciao, baba an alle.